Applaus Ist das alles nur ein Spiel, was ich träume, was ich fühle? Wenn es nichts ist als nur Spiel, stimmt mein Traum und mein Gefühl? Ist das alles nur ein Spiel, was ich siegen, ja genau, bin ich lang schon verloren. Hallo, ich bin Cornelia Bielefeld und ich habe das große Vergnügen und die Ehre, zusammen mit dem Pianisten und Musiker Nicola Kemmer einen musikalisch unterhaltsamen Abend in der wunderbaren Galerie Ost in Mötzingen am 01.07.2017 zu gestalten. Nicola Kemmer und ich leiten seit nunmehr 16 Jahren erfolgreich das Le Café Theater in Heilbronn, ein kleines aber feines Privattheater mit unterschiedlichstem Repertoire. Wir freuen uns sehr, bei Steffen Maria Ost zu Gast zu sein und Ihnen ein vielfältiges Chansonprogramm aus unserem großen Repertoire unsterblicher und aktueller Diven, das wir unter anderem seit zweieinhalb Jahren auf unserer Bühne und natürlich auch als Gastvorstellung spielen, bei Ihnen präsentieren zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen genussvollen Abend in jeder Hinsicht. Nimm Abschied, Clown, vom Publikum. Morgen feiern Sie deine Wiedergeburt. Nimm Abschied, Clown, vom Publikum. Nimm Abschied, Clown, vom Publikum. Doch wir beide sind noch da, unser Lied, es ist verkongen, doch wenn wir wollen, sind wir uns nah.